Die Villa Toskana feierte im Juni Geburtstag. Mit einem Familienfest bedankte sich das Team bei seinen Gästen, Freunden und Geschäftspartnern. Als gelernter Koch übernahm Erik Neumann das Restaurant Villa Toskana. Vor zehn Jahren, am 3.06.2009, haben wir die Villa Toskana in Eigenregie übernommen, um Branderbesdorf zu zeigen, dass wir auch mit frischer, mediterraner Küche ans Ziel kommen könnten. Der Anfang war schwer. Damals wusste noch keiner, was auf das Team zukommt. Also kochen mussten andere nervenaufreibende Dinge erledigt werden. In allen schwierigen Zeiten hielt das Team um Erik Neumann zusammen. Der Begriff mediterrane Küche wird in Kochbüchern oft als Oberbegriff für die verschiedenen Landesküchen der Mittelmeerregion verwendet. Wer denkt, dass es in der Villa Toskana nur Nudeln und Pizza gibt, der liegt falsch. Neben diversen Pizza- und Pasta-Gerichten erhalten Sie bei uns auch Fisch- und Fleischgerichte verschiedener Art mit frischen Beilagen, welche Sie auch jederzeit anders wählen können. Alle Gerichte werden frisch zubereitet. Hier wird großer Wert auf frische, regionale Produkte gelegt. Die Villa Toskana lädt ihre Gäste zu vielen Highlights im Jahr ein. So wird einmal im Monat sonntags Mittagstisch aus heimischer Küche angeboten. Im September veranstalten wir eine Schnitzelwoche. Des Weiteren folgt dort auch ein Apfelfest und im Oktober dann eine Ostalgiewoche mit typischen ostdeutschen Gerichten. Zu den Adventssonntagen bieten wir auch jeden Sonntag Mittagstisch mit an. Sie können auch jederzeit mit Ihrer Familie Feiern aller Art hier abhalten. Bis zu 60 Personen sind dafür möglich. Egal ob Geburtstage, Schulanfänge, Jubiläen, Firmenveranstaltungen, alles ist nachbar. Wir haben des Weiteren auch einen Biergarten mit bis zu 24 Sitzplätzen. Gerade in den heißen Sommertagen ist es sehr schön, sich auch an der frischen Luft wohlzufühlen. Kommt einfach vorbei und habt einen schönen Abend mit uns in der Villa Toskana. Sie möchten Ihre Feier zu Hause gestalten? Das Team der Villa Toskana bietet einen Catering-Service, angefangen von der Planung bis zur Lieferung der Speisen, Getränke und Geschirr. Zur Geburtstagsfeier wurde den Gästen vieles geboten. Für die Kinder gab es einen Tannenzapfen-Zielwurf mit vielen leckeren Preisen. Die Kinder konnten basteln oder sich auch schminken lassen. Aus Langenau war die private Pflegestation für Wildvögel mit vor Ort. Wer sich traute, konnte auch die Wildvögel einmal streicheln. Für das leibliche Wohl war natürlich gesorgt. Neben Pizza und Bratwurst gab es für die Kinder auch Eis. Zehn Jahre Villa Toskana. Da sagt man schon mal Danke. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich bei meinem Team, bei meiner Familie, bei meinen Geschäftspartnern und auch bei meinen treuen Gästen bedanken und wünsche uns auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Ein Besuch in der Villa Toskana lohnt sich auf jeden Fall. Lassen Sie sich verwöhnen und denken Sie daran, die Villa Toskana steht für eine frische, mediterrane Küche. Hier werden die Gerichte für Ihren Gaumen und für das Auge zubereitet. Herzlich Willkommen in der Villa Toskana, Hauptstraße 36 in Branderbesdorf. Bestellungen werden telefonisch unter 037 322 14 8832 oder per E-Mail unter info at restaurant-villa-toskana.de entgegengenommen. 1. DIN DIN DIN